Was hat Rainbow Six mit der Sache zu tun? Das ist eine noch nie dagewesene globale Bedrohung. Super. Wir brauchen Ihre Hilfe. Sie kennen die operativen Möglichkeiten von Sentinel. Wir haben drei Operator vor Ort, die das Gas finden und vernichten sollen. Und wofür brauchen Sie mich? Sie sollen die Produktion stoppen, potenzielle Käufer identifizieren und festnehmen und versuchen ein Gegenmittel herzustellen. Klar. Klingt ja ganz einfach. Ich bin Ihr Kontakt auf dieser Frequenz. Sie arbeiten außerdem zusammen mit Ash. Finker und Thatcher von Rainbow. Passen Sie gut auf. Sentinel setzt das Gas bereits auf der Insel ein, um Ihre Interessen zu schützen. Also seien Sie vorsichtig. Verstanden. Ich melde mich, wenn ich mit dem Einsatz beginne. Bestätigt. Ich denke, Sie wissen, wie viel auf dem Spiel steht. Viel Glück. Lesion out.